Nun meine lieben Freunde, ich werde euch heute zeigen, wie man einen guten, gesunden, orangen Löwenzahn-Smoothie macht. Dies ist der Löwenzahn in seiner natürlichen Form. Da wir ihn für unseren Smoothie brauchen, müssen wir ihn nun erjagen. Da Pflanzen auch Schmerzen fühlen, kann man, wenn man genau hinhört, das leise Schreien der Pflanze hören, wenn man sie tötet. Hört genau hin! Zunächst werden wir die Orangen zerschneiden. Und pressen! Nun füllen wir einen Liter frisch gepressten Orangensaft in den Smoothie-Mixer. Nun fügen wir den Löwenzahn hinzu. Nun erfolgt der erhebende Moment des Mixens, um unser saftiges Elixier zu erhalten. Nun werde ich das Endergebnis verzehren. Mh, cremiger Orangensaft mit leicht bitterem Nachklang. Njam, Njam! Njam, Njam!